Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jedenfalls gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel soll auch so bleiben. Na dann mal ab, die wilde Fahrt! Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Die Mannschaft tritt taktisch wohl im 3-5-2 an. Du brauchst für dieses 3-5-2 natürlich Kilometerfresser auf den Außenbahnen, die Mittelfeldspieler auf den Flügeln. Sie müssen hinten verteidigen und vorne vorbereiten. Und sie brauchen intelligente Spieler neben sich, die die Situation sofort erkennen. Das Spiel hat begonnen. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Es gibt ja nicht wenige, die sagen, er ist vielleicht der beste Stürmer der Welt. Ob das wirklich so weit schon ist, das lassen wir da hingestellt. Aber Robert Lewandowski ist natürlich ein echter Schlüsselspieler. Ja, er wird auf jeden Fall versuchen, mindestens ein, zwei Tore zu machen. Sie müssen hier mehr machen, es waren ja genug Leute im Strafraum, aber die Flanke, die kam nicht gut genug. Da ist die Chance. Clever gespielt. Der ist draußen und es gibt Abstoß. Ehrlich gesagt hätte ich mir auch nur schwer vorstellen können, dass daraus tatsächlich was wird. Lewandowski, Lewandowski, Tor für den FC Bayern München. Der FC Bayern München geht hier in Führung. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Sehr viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen. Der kommt weit nach vorn. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Müller. Lewandowski. Er sitzt. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Er bekommt den Rebound und reagiert klasse. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Er ist nicht gut. Es ist ein Dorn auf deinem Stück. After 17 Minutes ist es Nummer 9. Lewandowski. So, 2-0 jetzt also. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht alles und die andere stellt sich selbst und alles in Frage und steht neben sich. Und das muss man ausnutzen. Kimmich Serge Gnabry Pavard Jerome Boateng Alaba Kingsley Coman Lewandowski Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Gnabry Goretzka Coman Und ab geht die Post. Versucht es mit dem langen Schlag. Gefährlich, wenn er den kriegt. Gnabry Goretzka Gnabry Gnabry Was für ein dicker Klops! There will be one more at a time Und der Halbzeitpfiff. Was ist dein Eindruck von der ersten Halbzeit? Ein Gegentor tut weh, zwei Gegentore tuen doppelt weh. Dieser Doppelschlag hat vielleicht schon das Spiel entschieden. Der Ball, der rollt wieder. Die Kugel kommt ganz gefährlich, Forstor. Bremen kontrolliert den Ball, macht aber derzeit nicht viel Boden gut. Nabry! Müller! Da war er voll auf der Höhe! Nabry! Kingsley Coman! Das sieht doch gut aus! Serge Nabry! Kimmich! Da ist die Möglichkeit! Er versucht das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus! Komm an! Komm an! Gibt auf der linken Seite Vollgas! Hier ist Lewandowski! Da verheddert er sich! Das ist die Chance zum schnellen Konter! Die stehen da wie die Bank von England! Kimmich! 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 Spielt den Ball lang! Kommt der an! Und machte... Er trifft ihn! Und noch eins! Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein! Sehr gute Schusstechnik! Keine Chance für den Torhüter! Ich lege mich da fest! Kein Torhüter der Welt hätte den gehalten! Präzise und hart! Beide Teams wechseln! Damit also steht's 3 zu 0! Peresic! Und dann ist er weg! Der Ball! War das ein Foul? Ja! Schiri entscheidet auf Freistoß! Peresic! Mit Tempo nach vorne! Jetzt kann er zum Abschluss... Da ist die Chance! Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin! Die spielen wie im Rausch! Die Fans, die singen unaufhörlich! Das ist Ausnahmezustand! Absolut beeindruckend! Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können! So hat sich das der Trainer vorgestellt! Sein Joker kam, sah und traf! Bayern München mit einem weiteren Wechselgleich! In was für einer Situation kannst du einem jungen Spieler seinen ersten Einsatz geben? In genau dieser Situation! Es ist nicht mehr lange zu spielen und der Sieg ist schon eingefahren! Das ist hier langsam ein Spiel zwischen Männern und Jungen! Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen! Immer weitermachen! Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen! Macht er den? Jetzt die Chance! Und ein Schuss! Jetzt der Abschluss! Das hat er gut gemacht! Und ein Schuss! Und ein Schuss! Gleich noch einmal frisches Personal! Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause! Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge! Rein damit! Raus auf die Seite! Der Ball kommt zu Koman! Das muss was werden! Freistoß FC Bayern! Das könnte was werden! Raus aus dem Gefahrenbereich! Fast! Fast wäre es noch passiert! Aber auch eben nur fast! Aber da kommt der Schusspfiff! Sie haben das Spiel nach Belieben beherrscht und dominiert! Und im Prinzip... Und im Prinzip... Vielen Dank.